Hallo, hier ist Caro von Spa Deluxe und in diesem Video stelle ich Ihnen den Whirlpool Shadow des italienischen Herstellers Tresé vor. Der Shadow gehört mit seinen Maßen 2 m x 1,60 m x 82 cm zu den kompaktesten Modellen im Tresé Designsortiment. Dank seines flexiblen Innenraumkonzepts bietet er dennoch Platz für bis zu 5 Personen. Was dieses Modell zu etwas Besonderem macht? Das einzigartige Ghost System Design liegt hier in perfektionierter Form vor, Ghost Plus. Produktdesigner Mark Sadler hat das Massagesystem, bei dem die Jets hinter einem schmalen Schlitzen der Whirlpool-Wanne versteckt sind, nämlich noch einen Schritt weiterentwickelt. Hinter breiteren Schlitzen mit abgeflachten Profilen kommen im Shadow größere Hydrojets zum Einsatz, natürlich nicht weniger unsichtbar. Dies sorgen bei der Massage für noch mehr Abwechslung, ob im Sitzen oder Liegen. Und was erwartet Sie sonst noch, wenn Sie sich bequem im Shadow zurücklehnen? Eine digitale Steuerung der Wassertemperatur, mit dem der Shadow zu jeder Jahreszeit genutzt werden kann. Ein fortschrittliches Filtrationssystem, bestehend aus zwei Filterkartuschen. Eine farbige LED-Beleuchtung, die den Rahmen für eine stimmungsvolle Chromotherapie bietet, in dem Sie sich jeden Anlass anpassen lässt. Zahlreiche Ausstattungsoptionen geben Ihnen die Möglichkeit, den Trissé-Shadow nach Ihren persönlichen Ansprüchen zu gestalten. Zum Beispiel mit einem Anschluss für externe Heizgeräte, einem zusätzlichen Nackenkissen oder einem pneumatischen Lift für die Einbauvariante. Sie möchten mehr über Outdoor Whirlpools oder den Hersteller Trissé erfahren? Dann schauen Sie sich auf unserem YouTube-Kanal oder unserer Webseite um und nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie!